TV Bayern Live sucht die feschesten Bayern. Voten Sie mit und gewinnen Sie eine CW-Foto-Leinwand oder ein CW-Fotobuch. Weitere Informationen unter www.tvbayernlive.de Haben Sie Lust an unserem Gewinnspiel teilzunehmen? Selbstverständlich. Und Sie sind der? Huber Martin, genau, von Pörnbach. Können Sie sich mal drehen für uns, dass wir es richtig sehen, ja? Keine Lederhosen dafür, es zu halten. Ja, das ist jetzt momentan, dieses Wetter ist nicht so angenehm, ich sage jetzt einmal. Du bist die? Lisa, woher? Aus Armendingen. Und kannst du uns mal deine Tracht zeigen? Dreh dich mal ein bisschen. Wer sind Sie? Ich bin der Naubert Mann aus Armendingen. Aus Armendingen? Armendingen heißt das normal. Wo ist das? Bei einem Stadtteil von Wemmingen. Super. Drehen Sie sich für uns mal ein bisschen mit Ihrer Tracht? So. Noch mal umdrehen. Ein bisschen geregnet hat es, aber sonst ist es eine besondere Tracht? Nein, das ist eine besondere schwäbische Tracht, original schwäbische Tracht mit Quasten. Und es ist ja unsere Tracht, unsere Armendingen Tracht mit grün und gelben Farben. TV Bayern Live sucht die feschesten Bayern. Voten Sie mit und gewinnen Sie eine CW-Fotoleinwand oder ein CW-Fotobuch. Weitere Informationen unter www.tvbayernlive.de